Hallo zusammen! Wenn ihr meinen Kanal kennt, dann wisst ihr, dass ich mich sehr für das Thema Datenschutz und Datensicherheit interessiere und dass ich mich da vor allem mit dem Smartphone auseinandergesetzt habe. Zumindest in den Videos. Privat habe ich mich auch mit dem PC auseinandergesetzt. Aber in den Videos geht es hauptsächlich um das Smartphone. Oben rechts seht ihr einen Link zu der entsprechenden Playliste. Dieses Mal gehen wir dann mal zum Desktop, obwohl es da auch Berührungspunkte mit dem Smartphone gibt. Ich bin auf eine Open Source Software gestoßen, zufälligerweise, die mich sehr interessiert und die ich an dieser Stelle vorstellen möchte. Dahinter steht ein österreichisches Startup, was ich auch interessant finde. Also dieser Name der Software ist Portmaster. Das ist jetzt gerade erschienen in der Version 1.0. Ist verfügbar für Windows und für Linux. Eine Android-Version soll in der Mache sein. Worum geht es hier bei dieser Software? Da gibt es zwei Hauptkomponenten. Zunächst mal eine Firewall, die anpassbar ist. Und dann kommt eine zweite Komponente hinzu. Und das ist eigentlich auch ein Alleinstellungsmerkmal dieser Software. Da gibt es die Möglichkeit, ein sogenanntes SPN zu benutzen. Das heißt, Safing, so heißt die Firma, Safing Private Network, also nicht VPN, sondern SPN, das es ermöglichen soll, eben das Ziel zu erreichen, das sich die Entwickler auf die Pfannen geschrieben haben, nämlich die Wahrung von Privatsphäre und Datenschutz. Also es soll damit möglich sein, anonym zu surfen und sich selbst in diesem Bereich zu schützen. Das folgende Video wird deswegen drei Teile haben. Die verschiedenen Kapitel, die könnt ihr unten in der Videobeschreibung finden. Also im ersten Teil wird es eine kurze Einleitung geben, warum ich diese Software interessant finde, wer hinter diesem Unternehmen steht. Im zweiten Teil geht es dann um diese Firewall-Komponente. Und im dritten Teil schauen wir uns dann mal diese SPN-Funktion an. Bevor wir so richtig loslegen, möchte ich noch eine Sache kurz unterstreichen. Also ich möchte hier vorsichtig sein bei der Vorstellung dieser Software. Das ist schon ein komplexes Thema. Und ich bin kein IT-Experte. Das heißt, ich bin Hobby-Informatiker, ich bin Autodidakt. Dementsprechend fehlt mir da oft die Fachkenntnis, um ins Detail Dinge bewerten zu können. Das gebe ich ganz, ganz offen zu. Deswegen werde ich das aus den Augen eines Nutzers, eines eher normalen Nutzers erklären und beschreiben. So, das möchte ich einfach vorausschicken. Ich möchte hier fair sein gegenüber den Entwicklern. Kommen wir wie versprochen zur kurzen Einleitung. So, vor einigen Jahren war ich mal auf Mac unterwegs und da gab es eine Software, die fand ich super. Die hieß Little Snitch. Und was kann diese Software? Die gibt es auch noch heute. Sobald sich ein Programm mit dem Internet verbindet, bekommt man dann eine Meldung, dass dies geschieht und kann das dann eben verhindern, zulassen oder temporär tolerieren. Das fand ich super. Wenn man zum Beispiel eine Software gekauft hatte, die ständig irgendwelche Werbung einspielen wollte oder wenn da ständig irgendwelche Updates verkauft werden sollten, dann konnte man das damit verhindern. Fand ich sehr, sehr gut und stellte mir danach die Frage, gibt es das auch für Linux? Da habe ich dann wieder mit Linux gearbeitet. Da gab es dann ein Projekt, das gibt es auch noch heute, findet man auf GitHub OpenSnitch, wo man eben versucht, diese Funktion auch für Linux zu liefern. Das war aber damals in der Alpha-Version. Das hat nicht so toll funktioniert damals. Ich habe das ein bisschen vergessen, dass es OpenSnitch gibt. Und vor einigen Tagen bin ich dann per Zufall auf diesen Portmaster gestoßen. Und Portmaster kann genau das, was ich mir da gewünscht habe. So, ich habe auch angekündigt, ich schaue uns mal das Unternehmen kurz an. Die sind da ganz transparent. Eine österreichische Firma, die finanziert wurde, das wird hier auch gesagt, durch Zuschüsse und durch Kredite. Da ist am Anfang auch eine Kickstarter-Kampagne gegeben, wenn man das mal, das kann man alles genau nachlesen. Die sind da wirklich ganz, ganz transparent. Das interessiert mich immer, wer steht so hinter einem Open Source-Projekt wie diesem hier. Hier handelt es sich um ein Freemium-Produkt. Das heißt, dieser Basisteil, diese Firewall, die ist umsonst verfügbar für jedermann. Und diese zweite Komponente, von der ich eben sprach, dieses Saving Private Network, diese Funktion ist kostenpflichtig. Da komme ich ja gleich darauf zurück. Teil 2 des Videos. Wir schauen uns diese Firewall-Komponente an. Zunächst muss man das Programm natürlich installieren. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ist unproblematisch. Man lädt das Programm herunter und installiert das unter Windows kein Problem. In Linux auch nicht. Wenn ihr Portmaster dann zum ersten Mal startet, da taucht da so ein Konfigurationsassistent auf. Den werde ich euch jetzt hier an dieser Stelle nicht zeigen können. Ich habe das alles schon eingerichtet. Wir sehen hier diese grundlegende Oberfläche. Wirklich gut gemacht. Hier sehen wir alle Programme, die gerade laufen. Und das ist dann eben auch das, was ich von Little Snitch kenne. Also ich sehe diese Programme, die laufen und kann dann eben verhindern, dass die sich mit dem Internet verbinden. Zum Beispiel OBS Studio. Könnte ich jetzt hingehen und blockiere alle Verbindungen für diese App. Das wäre dann dieser Reiter hier, den ich einfach aktivieren müsste. Ich habe das hier für eine App gemacht. Das ist mein VPN-Anbieter hier, dass diese Software, also dieser Dienst, der braucht gerade nicht zu laufen. Also sehe ich auch nicht ein, warum der irgendwelche Daten schicken soll. Dann blockiere ich den einfach. So, in Windows gibt es natürlich öfters viel mehr Dienste, die so nach Hause funken. Ja, und da kann man dann, hat man vielleicht ein bisschen mehr zu tun, wenn man das unterbinden möchte. So, ich kann natürlich jetzt auch hingehen, muss ein bisschen, kann ein bisschen feinkörniger arbeiten. Firefox, der Browser, das ist ja klar, dass wir da mehr Verbindungen haben als bei den anderen Programmen. Da kann ich jetzt Domains einfach blockieren. Safing könnte ich jetzt blockieren, würde ich jetzt nicht tun. Block Domain. So, ihr seht, das ist wirklich ganz, ganz einfach. Jetzt könnte ich noch hingehen. Schauen wir mal alle Verbindungen an, die es so gibt. Dann ist es nicht sortiert nach Apps. Ich kann hingehen, schauen wir alle Apps an, die bis jetzt aufgetaucht sind in der Nutzungszeit von Portmaster. Und das ist es eigentlich schon. Dann gibt es da einige Einstellungen, die man vornehmen kann. Das passiert aber, während man diesen Assistenten aufruft. Zuerst mal diese DNS-Server, das garantiert, dass ihr anonym unterwegs seid. Übrigens gut erklärt, da wird jedes Mal genau gesagt, ja, das ist, also die DNS-Server, für die, die es nicht wissen, das hilft dabei eben, ja, diese Adressen in IP-Adressen umzuwandeln, damit man diese Server erreichen kann, die die Webseiten eben brauchen, um erreichbar zu sein. Also, da findet man wirklich ganz, ganz genaue Erklärungen. Alles ist gut dokumentiert. Hier kann man einstellen, wie man eigentlich vorgehen möchte. Ich könnte jetzt auch sagen, Prompt. Prompt for Decisions. Das heißt, bei jeder Verbindung würde sich das Programm dann melden und da muss ich dann eine Entscheidung treffen. Ich habe es mal alles auf lau gestellt und gehe dann eben danach hin und schaue mir an, was da passiert. Ich mache das manuell. Das ist auch die Standard-Einstellung. Was könnt ihr hier noch ändern? Ich gehe nicht auf jedes Detail ein. Ja, es gibt da verschiedene Filterlisten. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Funktion. In meinen früheren Videos habe ich mal vom Piehole gesprochen. Also, Trackers und Werbung, die kann ich hier auch blockieren. Das heißt, das ganze System, diese Firewall, die funktioniert auch als Werbeblocker und als Schutz vor Trackern, vor Malware. Das kann ich hier alles schon einstellen. So. Und das ist eigentlich das Wichtige, was wir hier zu sagen haben. Ich finde das ganze Ding, das ist das toll. Also, für freie Software, Open Source, das ist wirklich gut gemacht. Ich finde, das ist eine professionelle Oberfläche, sauber aufgeräumt, funktioniert ohne Probleme. Ich habe es getestet. Hier unter Linux, aber auch unter Windows. Ich finde das wirklich toll und kann da den Entwicklern nur ein großes Lob aussprechen. So hatte ich mir das vorgestellt. Das, was ich euch gerade gezeigt habe, im Programm wird hier auch auf der Webseite offiziell angekündigt. Ich finde das immer gut, wenn das, was angekündigt wird, auch eingehalten wird. Also, Monitoring Network Activity, ja, habe ich euch gezeigt. Blockieren von Trackern, systemweit, ja, habe ich euch gezeigt. Dann diese Settings, die global sind oder eben einzeln für die Apps, das habe ich euch auch gezeigt. So, das ist eben das, was mit dieser Firewall-Komponente mitgeliefert wird. Dann ist aber Zeit, sich diese zweite Komponente anzusehen. Also, dritter Teil des Videos. Was ist das, dieses SPN, dieses Saving Private Network? Diese Frage, und damit kommen wir zum dritten Teil, beantworten die Entwickler. Sei vorausgeschickt an dieser Stelle, diese SPN-Komponente ist das Alleinstellungsmerkmal der Software und das ist Teil dieser Premium-Version. Das heißt, da muss man für bezahlen, damit dann diese ganze Server-Infrastruktur im Hintergrund auch bezahlt werden kann. So, ich gehe jetzt nicht auf die Details ein. Ganz, ganz klar ist Folgendes. Es wird ganz klar gesagt, das, was wir machen, das ist etwas anderes als eine VPN und das ist besser. Okay, ich kann da bessere Einstellungen vornehmen. Das hat viele Vorteile. Ansonsten kann das alles, was eine VPN kann. So, und das wird ziemlich deutlich in einer Übersichtstabelle hier. Und diese Tabelle, die wird auch die Struktur des Videos im weiteren Verlauf dann bestimmen, denn hier werden bestimmte Dinge angekündigt, bestimmte Merkmale angekündigt und ich teste einfach später und zeige euch, ob das so für mich funktioniert oder nicht. Wenn wir uns diese Tabelle anschauen, fällt auf, habe ich schon gesagt, man grenzt sich von VPNs ab. Ihr seht ja, ich gehe jetzt nicht auf die Details an, diese grünen Häkchen, das soll ja dann einer VPN in vielerlei Hinsicht überlegen sein. Und ganz rechts finde ich Tor. Das ist die Hardcore-Variante zum Thema Privatsphäre, Anonymität, Datenschutz. Da sieht man ja auch, okay, da müsste ich eigentlich auch viel mehr Vorteile haben, als die Vorteile, die ich hätte, würde ich Tor benutzen. Wir arbeiten jetzt diese einzelnen Punkte mal ab. Bevor wir das machen, die Kosten, ich habe mir das hier mal gegönnt, 9,90 Euro pro Monat, damit kann ich das VPN nutzen. Ich war einfach neugierig, wollte das testen. Umsonst bekommt ihr diese supertolle, wie ich finde, diese supertolle und bedienungsfreundliche Firewall-Komponente. Man kann auch spenden, 3 Euro im Monat, das ist das Mittelding hier. Also, wir wollen ja sehen, wie diese verschiedenen Punkte abgearbeitet werden. Wenn man dieses Feature benutzen möchte, da muss man natürlich bezahlen und man muss sich anmelden. Sign up, finde ich ganz interessant, zeige ich ganz kurz, wie das funktioniert. Also, dieser Username, der wird einfach so generiert, per Zufall, E-Mail brauchen wir gar nicht anzugeben. Das Einzige, was man hier tun muss, man muss einfach diesen Ländercode des Telefons angeben, man muss nicht mal die Nummer angeben, das hat legale Gründe. Legt dann ein Passwort an und dann ist man schon angemeldet, was natürlich super ist für die Privatsphäre, mal so nebenbei. Da muss man natürlich bezahlen, das war auch kein Problem. Da gibt es auch ganz, ganz viele Wege. Man kann sogar das Geld per Brief da hinschicken. Also, wenn man seine Anonymität wirklich sichern möchte, alles möglich. So, wir schauen uns jetzt mal in der Software an, was da los ist. Wie gesagt, die erste Sache ist diese Sache mit diesen multiplen Identitäten. Was bedeutet das? Ich nehme jetzt mal für euch den Firefox. Da sehen wir diese verschiedenen Verbindungen, die im Moment im Firefox laufen. Ich sehe hier US, 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 US. Das sind alles, also dieser letzte Ausgangsserver, mit dem ich mich mit dem Internet verbinde, steht in den USA. Und das ist aber von App zu App unterschiedlich. Ich zeige euch das mal. Und suche mal einfach, what is my IP? Das kennt ihr. So. Und da wird dann natürlich, kommt dieses Ergebnis, wo befinde ich mich? In den USA. Schauen wir mal nach im Portmaster, wo das jetzt zu finden ist. What is my IP? Drei Verbindungen. Okay. Und der letzte Service in den USA. So. Ich nehme das, mache es jetzt mal anders und suche jetzt mal auf Deutsch, was ist meine IP? Da gibt es nämlich auch eine Webseite. Nehmen wir die mal. Aha. Okay. Und da wird dann gesagt, Sie sind in Deutschland. Und das ist genau das, was die Entwickler meinen. Ich kann hier wirklich pro Verbindung verschiedene Identitäten verwenden. Das heißt, ich bin jetzt gleichzeitig mit US-Servern und mit Servern in Deutschland verbunden. Wie auch hier zu sehen ist. Da steht jetzt überall DE, DE, DE. So. Wir müssen jetzt mal ein bisschen technisch werden. Hier sehen Sie, also das Prinzip wird von den Entwicklern erklärt. Ich zeige euch mal kurz einen Screenshot. Und da muss man auch dann den Unterschied sehen zwischen einer VPN und diesem SPN. So. Das wird auch von den Entwicklern ganz klar dargestellt. Finde ich auch gut. Alles transparent und dokumentiert. Hier sehen wir eine grafische Darstellung einer VPN. Das heißt, ich habe hier, also hier geht man davon aus, man hat einen Computer, steht in Österreich. Und ich verbinde mich mit einer VPN. Dann sieht mein Internetanbieter, hier der Internetprovider, der sieht nicht, wer ich bin, weil ich verbinde mich über einen Tunnel mit einem Server im Ausland, zum Beispiel in Frankreich. Aber mein VPN-Anbieter, der sieht schon, wer ich bin und der sieht auch, was ich mache. Deswegen muss man eben darauf vertrauen, wenn man anonym unterwegs sein möchte, dass eben da nicht gelockt wird. Das heißt, ein großer Schwachpunkt von VPNs. Und darüber verbinde ich mich dann zum Beispiel mit Google. Das ist wirklich eine Sache. Eine andere Identität, die mit dem VPN-Server zusammenhängt. So. Was ich euch eben gezeigt habe, SPN funktioniert anders. Und da folgt man der Philosophie dieses Onion Networks, also was man noch vom Tor her kennt. Da arbeitet man mit verschiedenen Knotenpunkten. Und da sieht das dann so aus, dass ... Okay, man geht davon aus, der Computer ist in Österreich. Mein Internetprovider sieht nicht, wer ich bin. Dann gehe ich, nutze ich den erstmöglichen Knotenpunkt. Das hat mit der Geschwindigkeit zu tun. Dafür sorgt das SPN automatisch. Das ist der Algorithmus hinten dran. Also ich benutze den ersten Knotenpunkt. Der wäre dann zum Beispiel in Deutschland. Dann springe ich in einen anderen Knotenpunkt, um dann am Ende dort anzukommen, wo ich möchte. Nämlich bei dem Server, der am nächsten liegt, bei dem Server, den ich eigentlich erreichen möchte. In dem Fall hat man ProtonMail als Beispiel genommen. ProtonMail, Schweizer Unternehmen. Also muss da ein Knoten in der Schweiz als Endknoten dienen. Und so funktioniert das System. Hier oben haben wir Steam, US-Unternehmen, also erster Knoten Deutschland. Dann springe ich, was ich hier, Italien und dann USA. Und so wird das dann. Deswegen haben wir eben gesehen, haben wir das eben im Browser gesehen mit den verschiedenen Tabs, dass ich da verschiedene Identitäten habe. Was ist meine IP? Das war Deutsch. Deswegen landete ich da in Deutschland. Hatte da einen deutschen Ausgangsknoten. Und wir haben mit diesem anderen Beispiel, What is my IP? US, landete ich in den USA. So, das ist diese Idee dahinter. Die Daten werden verschlüsselt übertragen und man kann nicht sehen, wer ihr seid. Also es ist vom Prinzip her, von der Architektur her besser geregelt als eine VPN. Also ich habe das getestet, habe da mit rumgefummelt und das funktioniert einwandfrei. Also da muss ich sagen, was diesen Punkt angeht, multiple Identitäten funktioniert das. Ja, das klappt einwandfrei und zweifelsohn. In dem Zusammenhang neuen Wort zu Tails hatte ich eben angekündigt, dass wir diese Hardcore-Variante und da sieht man, dass da SPN schon Anleihen genommen hat. Also Tails nutzt das Onion Network, wie Tor auch. Was ist das? Ein Betriebssystem, das wird auf einem Stick installiert, sieht man schon in diesem Icon. Und damit kann man dann eben wirklich anonym unterwegs sein. Da wird nichts gespeichert auf diesem Stick. Das ist danach alles futsch. Das ist praktisch ein tragbarer Computer auf dem Stick. Da wird Tor verwendet und hier ist jetzt keine so eine schöne Grafik. Das jetzt alles so ein wenig darstellen. Alles, was im Internet läuft, das läuft über drei Relays, also drei verschiedene Server. Das ist alles anonym und das übernimmt, also diese Philosophie übernimmt ja eigentlich auch das Saving Private Network, wobei dann etwas hinzukommt, was ich später erwähnen möchte. Und das ist auch nutzbar. Das ist viel schneller. Tails habe ich versucht, habe ich öfters mal getestet, aus Interesse. Boah, das ist wirklich langsamer. Könnt ihr auch mal selbst testen, wenn ihr Lust habt, den Tor-Browser installieren, ein bisschen damit herumspielen. Da sieht man schon, dass da das SPN wesentlich nutzbarer ist. Nächster Punkt, Geoblocking soll ja automatisch umgangen werden. Das hat mit diesem Algorithmus im Hintergrund zu tun, habe ich eben erklärt. Also man, das SPN sucht sich automatisch als Eingangsknotenpunkt den Server, der am nächsten zu meinem PC dann eben steht. Und dann als Ausgangsknotenpunkt den Server, der am nächsten zur Ziel-Webseite steht, zum Ziel-Server, sage ich mal. So, wenn das funktioniert, dann müsste man ja automatisch Geoblocking umgehen können. Ich habe das jetzt mal getestet, habe für euch so einige Tabs geöffnet. Schweizer Fernsehen. Wollte ich live schauen. Kann leider nicht abgespielt werden. Inhalte mit Geoblocken können nur in der Schweiz abgerufen werden. Das heißt, hier hat das nicht funktioniert. Ich kann mir jetzt mal in der Software anschauen, was da genau los ist. Das ist ja der Brave Browser. Und dann kann ich mal nachschauen, die Domain, die davon betroffen ist. Wenn ich das jetzt sofort finde hier, den Schweizer Rundfunk. Ich weiß nicht, ob das das hier ist. Ich glaube schon. Doch, das ist das. Da seht ihr, der Ausgangsknotenpunkt am Ende ist in Frankreich und das ist nicht in der Schweiz. Ist das überhaupt möglich, dass in der Schweiz ein Ausgangsknotenpunkt ist. Das kann ich mir mal anschauen. Da gibt es nämlich eine schöne Karte. So, hier sehe ich diese verschiedenen Knotenpunkte und sehe, ah ja, in der Schweiz, in der Schweiz, da steht gar kein Server. Also kann das gar nicht funktionieren. So, okay, das ist ja kein, das ist ja nicht fair. Kann ja im Prinzip, kann ja gar nicht funktionieren, weil da kein Ausgangsknotenpunkt ist. Also habe ich mir gedacht, dann testest du mal ZDF. Ich bin nämlich gerade nicht in Deutschland unterwegs. das heißt, ich mache das auch vom Ausland aus. ZDF-Programm live. Ich aktualisiere das mal für euch. Aus rechtlichen Gründen kann dieser Beitrag nur in Deutschland angezeigt werden. Schauen wir uns mal an, was da das Problem ist. Pass auf, ich muss auf den Browser gehen. Domain ZDF. Da gibt es natürlich verschiedene. Ja, Frankreich, Frankreich, Frankreich. Frankreich, Frankreich, Frankreich. Da sehe ich auch, das läuft über Frankreich. Das heißt, dieser Algorithmus scheint da Probleme zu haben, denn in Deutschland gibt es ja mehr Ausgangsknotenpunkte. Die sind hier nicht gewählt worden. Und leider gibt es noch keine Möglichkeit, diesen Ausgangsknotenpunkt selbst zu bestimmen. Zumindest habe ich das nicht hinbekommen. Ein letzter Versuch. Diesmal österreichisches Fernsehen. Ich lade das hier nochmal neu. Livestream. Gleiches Problem. Schauen wir mal kurz nach, woran es da liegen könnte. Ich hatte das schon ausgewählt. Also ORF wählt den richtigen Knotenpunkt, nämlich Österreich, 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 Österreich. Hier sehen wir ein paar andere Server, die da reinrutschen. Moment, ich habe hier wohl hier nicht ORF gewählt. So. Österreich, Österreich. So. Warum funktioniert das nicht? Keine Ahnung. Also, aber es geht nicht. So, was das Umgehen von Geoblocking angeht, muss ich sagen, bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe es euch auch gerade gezeigt. Ich benutze das System jetzt so seit drei Tagen. Das hat nie funktioniert. Woran das genau liegt? Keine Ahnung. Vielleicht liegt es an mir, an meiner Konfiguration. Also, ich habe aus meiner Sicht alles korrekt gemacht. Eine Erklärung, wenn ich mir hier diese verschiedenen Knotenpunkte anschaue, da sehe ich einfach, dass wenn wirklich hier alle Knotenpunkte eingetragen sind, die existieren, dann ist es ja auch gar nicht möglich, dass ich immer dieses Geoblocking umgehen kann. Denn wir finden ja nicht in allen europäischen Ländern ausreichend Ausgangsknoten. So. Ich denke mal, man sollte diesem jungen Unternehmen mal die Zeit geben, ein Netzwerk aufzubauen. Und das wird sicher im Laufe der Zeit besser werden. Dabei belassen wir es mal. Ich möchte das nicht zu hart kritisieren. Aber das könnte für mich jetzt eine VPN nicht ersetzen, was diese Dinge angeht. So. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sprich, der Möglichkeit, individuelle Einstellungen pro App vorzunehmen. Das wird schnell abgehandelt sein. Das funktioniert. Ich habe es ja eben schon mal kurz gezeigt. Noch mal kurz zur Wiederholung. Also, ich sehe hier ja meine Apps auf der linken Seite. Ich kann da verschiedene Dinge einstellen. Wenn ich dann alle Apps nehme, die bis jetzt gestartet worden sind. Hier habe ich zum Beispiel meinen Chromium Browser. Für den habe ich es so eingerichtet, dass da eben dieses Netzwerk nicht benutzt wird. Also, das geht. Ich kann das wirklich einzeln pro App schalten. Kein Problem. Nächste Sache. Einfach Setup. Ja, das ist einfach kein Problem. Verfügbarkeit. Das ist noch nicht so ausgeprägt wie bei VPNs oder bei Tor. Das wird sich aber ändern in der Zukunft, wenn man den Ankündigungen Glauben schenken darf. Open Source. Jawohl, das ist Open Source. Man kann den Quell-Code nachlesen. Das ist dokumentiert. Ich sauge euch gerade den Screenshot, um das zu beweisen. So, hier unten ist der Link zum Source-Code. Bringt mir natürlich nichts. Wird auf GitHub weitergeleitet. Da verstehe ich nichts von. Aber das ist alles möglich. Also, da hält man sich an das, was man verspricht. Letzter Punkt. Das Ganze wurde entwickelt, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Da schenken wir einfach mal den Entwicklern Glauben, dass das so stimmt. Ein letzter Aspekt, wenn man sich selbst mit VPNs vergleicht, ist mir ganz, ganz wichtig. Das hat mit der Geschwindigkeit zu tun. Für mich als Nutzer ist das ja wichtig, dass das Browser-Erlebnis gut ist. Es wäre natürlich schön, wenn ich euch ein bisschen zeigen könnte, wie Tails funktioniert. Der Tor-Browser, das ist extrem langsam zum Teil. Also, da muss man sehr, sehr viel Geduld haben. Das Problem habe ich hier überhaupt nicht gehabt. Also, das ist auf jeden Fall besser als der Tor-Browser oder dieses Tor-Netzwerk, was das angeht, was die Geschwindigkeit angeht. Ich habe jetzt einige Tage damit gearbeitet. So ein paar Stündchen habe ich schon damit verbraten. Ich muss sagen, es hat mich überhaupt nichts gestört. Das lief einwandfrei. Die Seiten, die luden etwas langsamer, hatte ich den Eindruck. Aber das war alles okay. Bloß, das ist ja nur ein persönlicher Eindruck. Wenn man jetzt mal einen kurzen Test, und zwar einen Speed-Test. Einmal ohne VPN, dann einmal mit aktiviertem Portmaster. Da werde ich genau nachschauen, welcher Knotenpunkt verwendet wird. Und werde danach mit der VPN einen Server in dem Land wählen, in dem dieser Portmaster-Knotenpunkt stand, um das ein bisschen vergleichen zu können. Szenario Nummer 1. Keine VPN-Verbindung. Portmaster nicht aktiv. Okay, da habe ich im Download fast 90 MB pro Sekunde. Im Upload so um die 30, im Maximum. Und dann als nächstes mit aktiviertem Portmaster. Hier sehen wir schon, das wird über den französischen Knoten laufen. Okay, das ging im Maximum an die 70. Das ist ja nicht viel weniger als das, was ich eben hatte. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das, ihr habt gesehen, das hat beschleunigt, ob das wirklich eine Aussagekraft hat. Der Upload hier ist auch nicht so unterschiedlich von dem, was ich da so normal erwarten kann. Und dann das letzte Szenario, die Verbindung mit einem französischen VPN-Server. Hier seht ihr, ich bin mit dem französischen Server verbunden. So, dann aktualisieren wir das mal und machen unseren Geschwindigkeitstest. Ja, da sehen wir, dass die VPN ein wenig schneller ist und das gilt auch für den Upload. Neben der Geschwindigkeit interessieren mich natürlich auch die Kosten als Nutzer. Ja, 9,90 Euro pro Monat, wenn man das ganze Jahr nimmt, kann man etwas sparen. Gut, das ist schon, wenn ich das mit nach VPN-Vergleiche, ist das relativ hoch. Und lohnt sich das? Das muss jeder selbst wissen. Das muss wirklich jeder selbst wissen. Wie viel ist mir meine Privatsphäre wert? Also ich bin von diesem Konzept überzeugt. Dieses Anonymisieren, das funktioniert bestimmt sehr, sehr gut. Im Vergleich dazu Tor, Browser, das ist umsonst zu haben, da musst du mir etwas Zeit investieren, um das Ganze ans Laufen zu kriegen. Aber ansonsten kostet das nichts. Da ist die Geschwindigkeit aber manchmal echt ein Problem. Also gut, das ist eine Frage, ich denke mal, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er bereit ist, diese Summe auszugeben. Für mich persönlich, ich war froh, das mal ausgetestet zu haben. Und dann werde ich mal weitersehen. Ich würde mal gerne sehen, wie das in einem Jahr aussieht oder so. Da wird es wahrscheinlich auch mehr Dokumentationen geben zu diesem ganzen Projekt. Da wird es vielleicht mehr Feedback geben. Das ist sehr, sehr schwer, bis jetzt da irgendwie, ja, irgendwelche Reviews oder so zu finden. Vor allem in deutscher Sprache. Wenn man etwas findet, dann ist es auf Englisch. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, was das angeht. Eine letzte Sache, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Das interessiert mich nämlich auch als Nutzer. Wo kann ich Unterstützung finden? Da merkt man auch gut, dass das Ganze neu im Aufbau ist. Also diese ganze Dokumentation, die ist noch unterwegs, die wird gerade gestaltet. Für die wichtigsten Dinge findet man Antworten. Also ich hatte da kein Problem, habe da einige Dinge finden können. Aber es ist noch nicht ganz komplett und ja, das ist eben noch nicht sehr verbreitet. Da kann man eben auch von der Community nicht auf große Unterstützung zählen. Wie gesagt, da sollte man auch diesem ganzen Projekt etwas Zeit geben. Zeit für ein Fazit. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wie das ausfällt, nach dem, was ihr gesehen habt. Also erstens mal, was diese Firewall angeht, da bin ich super zufrieden. Die werde ich auch weiterhin nutzen. Das ist genau das, was ich gesucht hatte. Ich kannte das von Little Snitch. Das ist super benutzerfreundlich organisiert, übersichtlich. Wirklich toll gemacht. Da kann man nur ein Lob aussprechen. So, was diese SPN-Komponente angeht, finde ich vom Konzept her eine tolle Sache. Funktioniert auch für die alltäglichen Dinge, für das normale Browsen. Da habe ich keine Probleme mit gehabt. Ihr habt eben gesehen, wo es die Probleme gab. Das hatte mit diesem Geoblocking zu tun. Und das liegt ja wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass dieses, dass es noch nicht genug Knotenpunkte gibt. Also das ist alles neu im Aufbau. Das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit verbessern. Und da wird sich dieser Algorithmus wahrscheinlich auch verbessern. Das Ganze, ja, da möchte ich nicht zu hart mit ins Gericht gehen, aufgrund dieser Tatsache, dass es wirklich alles neu im Aufbau ist. Ich hoffe, dass man da weiterkommt in der Zukunft. Und werde bestimmt später nochmal einen Blick drauf werfen. Im Moment kann dieses SPN nicht alle Einsatzszenarien abdecken, die für mich eine VPN bietet oder abdecken kann. Deswegen könnte ich nicht auf meine VPN verzichten. Und wenn ich mir dann den Preis anschaue, 9,90 Euro pro Monat oder eben dann im Jahr, 100 Euro, gut 100 Euro, da muss man sich schon überlegen, ob einem das wert ist. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selbst wissen. Ist mir meine Privatsphäre das wert? Werde ich mir überlegen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben in den Portmaster. Und ja, ich glaube, das ist das erste Video auf deutscher Sprache zu diesem Thema. Ich wünsche auf jeden Fall den Entwicklern viel, viel Glück für die Zukunft, dass sie damit weiterkommen. Das ist wirklich ein Projekt, das ich unterstützenswert finde. Ich hoffe, dass sich das weiterhin verbessert. Denn vom Konzept her und im Idealfall eine tolle Sache. So, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.